Hi, kleiner Sonntagsvlog hier so total improvisiert mit der Handykamera. Ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt mindestens einmal pro Woche so einen kleinen Vlog machen und ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Was ich eigentlich ansprechen möchte ist, dass mich so ein bisschen Fanpost oder Zuschauerpost oder wie auch immer man das nennen will, erreicht hat und ich mir überlegt habe, ich könnte mir ja hier, wo ich inzwischen wohne, ein Postfach einrichten, sodass ihr mir ganz einfach Briefe und glaube ich kleinere Päckchen gehen auch noch, nur keine großen Pakete war es glaube ich, also ein paar Sachen schicken könnt. Das ist kein großer Aufwand, das kostet irgendwie nur so eine Bearbeitungsgebühr und dann hätte ich das. Die Frage ist jetzt, würdet ihr das benutzen? Also soll ich mir so ein Postfach machen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ansonsten sieht man sich in zwei Stunden oder so wieder mit Floatout, glaube ich, mit Sips und GTA kommt dann morgen wieder, aber ich habe so keine Zeit. Boah, mein Arm wird schwer. Ich halte nur so ein leichtes Handy und das ist jetzt schon schwer. Machen das eigentlich diese Follow-me-around-YouTuber, die die ganze Zeit nichts anderes machen? Die müssen ja Mords, die Haltemuskeln haben. Gut, also danke fürs Zusehen, schreibt mir das in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, weil das so ausmacht, mit Special-Effekt und bis nachher. Ciao!